Die Außendienstmitarbeiter der Firma Delabi sind keine reinen Vertriebsmitarbeiter, sondern sind technische Berater vor Ort. Um einem Kunden zum Beispiel wie hier zu sehen eine Tempomatik 4 Urinalspülarmatur genau erläutern und erklären zu können, haben sie nicht nur unser Prospektmaterial zur Verfügung, sondern sie verfügen auch über Musterkoffer, die sie für die verschiedenen Produktbereiche stets mit sich führen. In diesen Musterkoffern sind zum Beispiel, wenn wir diese Urinalsteuerung betrachten, der neue wasserdichte Unterputzkasten, der multifunktional eingebaut werden kann. Es befinden sich die zwei verschiedenen Fertigbausätze drin. Einmal elektronische Variante mit Magnetventil und einmal Selbstschlussvariante mit mechanischer Auslösung. Ebenso kann er aus einem Musterkoffer heraus die verschiedenen Abdeckplatten präsentieren. Hier haben wir eine satinierte Oberfläche. Er kann aber genauso gut die Abdeckplatte in Hochglanz poliert, in weiß Pulver beschichtet, aus Glaskeramik oder auch die manuelle Betätigung zeigen. Der Vorteil der Kunde kann beides auch selbst in die Hand nehmen. Nicht nur das Prospekt, sondern auch die Armatur selbst.